Dann heißt es in Vers 7 weiter, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Und das scheint hier auf den ersten Blick ein ziemlicher Bruch zu sein. Es scheint ein komplett neues Thema zu sein. Könnte man auch denken, weil in vielen Bibelausgaben, ich lese die Schlachter 2000 natürlich, ist eine Zwischenüberschrift dazwischen. Aber kleiner Tipp nochmal, ich habe das schon mal gesagt, aber beim Bibellesen achte nicht auf diese Zwischenüberschriften. Ich meine, die sind nicht unbedingt in jedem Fall falsch, aber das gehört nicht zu Gottes Wort dazu. Und es kann dazu führen zu denken, oh, jetzt beginnt ein komplett neues Thema. Was nicht unbedingt der Fall ist. Ich meine, es ist schon ein bisschen ein anderes Thema, aber ich will dir hier den eindeutigen Zusammenhang aufzeigen zwischen diesen beiden Versen, den du vielleicht bisher noch gar nicht gesehen hast. Und es gibt, auch wenn es natürlich schon ein anderes Thema ist, das jetzt beginnt, hängt es zu 100% mit dem Vers davor zusammen. Denn, was heißt, was lesen wir hier in Vers 7? Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Genauso, wir sind aus Gott, wir sind aus Gott geboren, die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Vergleiche das mit Vers 6, mit dem Vers davor. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Also, eindeutige Parallele. Jemand, der aus Gott ist, der hört auf uns. Anders ausgedrückt, jemand, der aus Gott ist, der hört auf die Stimme des Hürden. Der weiß, was richtige, der wird feststellen können, was falsche Lehre ist, was richtige Lehre ist. Der kann die Bibel verstehen, der kann geistliche Dinge verstehen. Jemand, der aus Gottes kann geistliche Dinge verstehen, wird somit auf uns hören, wenn wir von geistlichen Dingen reden. Jemand, der aus Gott ist, wird echte Liebe haben, hat die Fähigkeit zu lieben. Warum? Die Liebe ist aus Gott. Also, wenn jemand nicht aus Gott ist, kann der überhaupt lieben? Die Antwort ist nein. Das ist die logische Schlussfolgerung aus Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Jemand, der wirklich liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Was ist der Umkehrschluss daraus? Jemand, der nicht aus Gott geboren ist, jemand, der Gott nicht erkennt, der kann nicht lieben. Die Liebe ist aus Gott. Jemand, der nicht aus Gott geboren ist, kann nicht lieben. Aber ansonsten, willst du jetzt wirklich sagen, dass Ungläubige nicht lieben können? Ja. Ich meine, echte Liebe kommt aus Gott. Die Liebe ist aus Gott. Und dann heißt es auch in Vers 8, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Nur Christen haben die Fähigkeit, wirklich andere zu lieben. Genauso wie wir als Christen die Fähigkeit haben, eben festzustellen, das ist aus Gott. Diese Lehre, das ist eine Irrlehre. Weil wir die Einzigen sind, die den Geist haben. Und genauso ist eben auch die Liebe aus Gott. Wir sind die Einzigen, die die Fähigkeit haben, zu lieben. Aber ich will jetzt eben diese zwei Verse verbinden. Vers 6 und 7. Was lernen wir daraus? Aus diesen eindeutigen Parallelen. Ja, wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Dann heißt es in Vers 7, Geliebte, lass uns aneinander lieben. Die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der Gott liebt, ist aus Gott geboren. Ja, der ist aus Gott. Der ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Siehst du, Lehre und Liebe passen perfekt zusammen. Und das ist etwas, was heutige sogenannte Christen nicht verstehen. Sie denken, dass Lehre irgendwie lieblos sei. Aber warte mal, wenn ich wirklich aus Gott geboren bin und Gott erkenne, wenn ich wirklich Gott liebe, wenn ich wirklich Liebe habe, dann weißt du was, dann werde ich auch die richtige Lehre lieben. Aber dann kommen sogenannte Christen daher und sagen, ich liebe Jesus, ich habe eine Beziehung mit Jesus. Und weil ich Jesus liebe, will ich nicht so spalterisch sein. Ich will nicht auf all diese Lehren eingehen. Ich will nicht so dogmatisch sein. Sondern ich will einfach Gemeinschaft haben mit meinen Brüdern, mit meinen Schwestern. Und das wäre egal, ob sie Katholiken sind oder Mormonen oder Adventisten. Hey, wir lieben Jesus. Das ist, was uns ausmacht. Aber diese Leute sind Lügner. Sie lieben Jesus überhaupt nicht, wenn sie echte Liebe hätten. Wenn sie aus Gott wären und Gott erkennen. Weißt du was? Dann würden sie auch die richtige Lehre lieben. Dann würde es ihnen auch um Dogmatik gehen. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Dann erkennen wir den Geist der Wahrheit, den Geist des Irrtums. Weißt du, was wir auch lesen in dem berühmten Hohelied der Liebe in 1. Korinther 13? Dass sich die Liebe an der Wahrheit freut. Aber diese Pseudochristen heutzutage, die mit Liebe, Liebe, Liebe daherkommen und Jesus angeblich so sehr lieben. Ich finde, sie spucken im Grunde genommen Jesus ins Gesicht. Das ist, was sie tun. Weil sie einfach einen SCH-Punkt geben auf das, was die Bibel tatsächlich sagt. Einfach mit allen möglichen sogenannten Christen, mit allen möglichen Dienmonitionen Ökumene machen wollen und was weiß ich, was man da alles für Beispiele jetzt anbringen könnte. Und sie geben einfach nichts auf die Wahrheit. Aber die Liebe, was macht echte Liebe aus? Dass sich die Liebe an der Wahrheit freut. Siehst du, so passen diese Verse perfekt zusammen. Das ist ein fließender Übergang von Vers 6 zu 7. Obwohl eine Zwischenüberschrift dazwischen ist. Das passt perfekt zusammen. Lehre und Liebe passt perfekt zusammen. Wenn du wirklich liebst, wenn du wirklich Gott liebst, wenn du deinen Nächsten liebst, wenn du die Brüder liebst, dann wirst du auch die richtige Lehre lieben.